Hallöchen! Ja, ich habe den Ingame-Sound jetzt ein bisschen leiser gemacht, ähm... Vielleicht hilft das ja? Naja. So, wir hätten immer noch Razer, aber den brauchen wir nicht. Wir brauchen dieses Mal... Disable enemy hero for 400 seconds with your team. Und, ähm... 400 Sekunden sind lang, wenn man sich das überlegt. Ich meine, 6 Sekunden mal 5... Das sind immerhin 30, aber... Ne, gut. Hm... Man müsste eben erstmal Silent Spells raushauen. Jetzt haben wir natürlich den Neko und... Ja, was ist denn? Hm... Hm... Sieht denn aus? Und was? Moment... Wankful Spirit ist auch noch? Hm... Interessant. Der hat aber auch, äh, Stun. Was auch Disabled ist und das auf, äh... Seine normalen Angriffe. Ähm... Chaos Knight hat einen Stun... Hat auch einen Stun... Und... Elder Titan... Was war mit Elder Titan? Ach so... Gut, ich geh dann wohl in die Mitte... Hau dann einfach ein paar Mal sinnlos meine Ulti raus, zwischendurch. Ähm... Je nachdem wie das Spiel eben aussieht. Sollini... Sollini... Ah, interessant... Hm... Tja... Silencer comes to war. Oh... Dota! 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 Ich bin... Teamfight sein, hm? Ja... Boah... Es ist machbar, sagen wir mal so... Ist nur eine Frage... Ich bleib dann mal eher hier... Den... Ort hol ich mir dann... Irgendwann später... Soll ich schon mal behaupten... Hm... Ich muss immer noch rausfinden, wie ich am besten meine Tastatur hinläge... Ich mache meinen Weg... Silently... Hm... Die Leute ein bisschen ärgern... Das wollte ich grad mal gucken... Naja... Man sieht... Wesentlich mehr... Ähm... Ich hab jetzt mal so getan, als würde ich da warden... Ähm... Woll damit... Woll damit täuschen können... Und... 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 Oh... Ah... Scheiße... Okay... Ist natürlich wieder versaut... Was hab ich eigentlich mit... Binnen... Oh... Ist gut... Ne... Ich brauch was als Gegner... Okay... Shit... Okay... Ich muss... Näher ran... Um... Spinning... You almost had that... Denai... Mist... Ich hab verpasst... Ah... Denai... So... Shit... Hm... So spät... So... Silence... Für... Noch mal ein paar Sekunden... Das ist gut... Das ist gut... Das klappt einfach nicht gerade... Okay... Silently... Ich würde ihn nicht hören... Ich muss echt mal gucken... Ob ich hier Last Hits bekomme... Und nicht nur Denai's... Nice... Any last words? Yes... Hm... 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 Yes... Go for steel... Tja... I make my move... Kostet halt jedes Mal... Komisch... Wir sind noch 5 Sekunden... Naja... Aha... Pauere... Silence... Oder war das überhaupt... Mit disabling... Doch... Silence gehört... 真 nicht Tausend... Also dann kann man ja was probieren, jetzt sind wir bei 5 Sekunden Ich bin unten dazu gekommen dann nee und schau es yes Schau mal. Aber immerhin läuft es für uns ganz gut. Zwölf Sekunden. Könnte ich allerdings mal ansagen. Ja, das mit 400 werden jetzt die Stufe, also. Ich mache meinen Bewegungsweg. Jetzt hat er ja die Auge. Ah, sonst. Silence is golden. As the blades fly. There is less to be heard. Silence. Fünf Minuten sind rum. Da kann ich gerade mal hier an den Brunnen gehen. A step ahead. I go. Not a whisper. Okay. Silently. Shush. Yes. I don't even want to hear it. I wouldn't hear of it. Okay. Okay. Ist klar. Bitte Warnung. Das Problem ist einfach, dass bei mir in der Nähe keiner stirbt. Ich gehe gegen Necrophos, wo ich schwerlich einen Kill hinbekomme. Oh shit, 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 shit. Oh, the silence is broken. Hm, 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 hm. 23. Fehlt noch ein bisschen was. Sniper. Hat schon. Sniper. Mittar taking damage. I strike. Yes. Das Problem ist einfach, dass ich eben hier nicht unbedingt weiterkomme ohne Kills. Your bottom tower is under attack. Not the whisper. Hm, hm. Keep murdering. Schade, wenn ich den jetzt nochmal zerfluchen könnte. Oh shit, 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 shit. Oh shit, 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 shit. So fine, ah. Alright. Silently. Oh. With quickness. Okay. Yes. Hm. Oh. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Yes. I cut a path. I cut a path. Yes. I cut a path. A step ahead. Hm. Das ist toll. Das ist das. Das will teach them to defend themselves from an ominous force attempting to obliterate their hands. I move, I move. I'm paid for your silence. Slashmate! More? More death? Not yet. I'm under attack. Onward. Okay. Your top tower is under attack. With quickness. Attack! If the enemy's attacking your top tower is what you desire, please take direction. I'm under attack. I'm under attack. I'm under attack. Freshman! Not a whisper. Good with an apple in the mouth. With witness. Your mother. Yes. Kill his name, Lord. Mh... Ha-ha-haha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Shade. Das ist nicht so zu sein, Andy. Schade. Schade, 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 schade... ... dass er mich noch erwischt hat... ... hätte ich das andere genommen, hätte ich ihn... ... hätte ich Tiny auch noch mitgenommen, aber... Deine Unternehmung ist unter Druck. hat er 40 Sekunden habe ich das Brotgeräusch gehört Nein. Okay. Warum nicht einfach den Kerl mal silencen? Okay. Soll ich gar nicht noch mal. Und... So viel Damage richte ich da an. Es wäre echt cool, wenn ich den mal versuchten könnte. Dann nehme ich einfach nur... ...dem dreimal mal ein Ding draufhauen. Warum wird das jetzt? I don't even want to hear it. Silent running Any last words? Not the whispering of the hell Das ist gar nicht mehr krank, sonst hätte ich noch mal einen Stick gehabt, aber schade. Das ist gar nicht mehr krank, sonst hätte ich nicht mehr krank. Und jetzt hab ich ihn doch nicht mehr krank. Shh, did you hear something? Yes. I go. Ah, ja, dann habe ich jetzt sechs Intelligenzen mehr. Scheiße. Ja. Ich weiß nicht, dass alle das in dem Kampf... Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr kenne. thrühe Okay... radiant structures are fortified, bottom tower being attacked... Was ist das? Das ist ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, was das kann oder wo. Es ist ein bisschen optimaler Weise. Oh, da fehlt ein bisschen was an Wald. Okay. So gut ist, dass wir alle hier so rumhängen. Ja. Silent running. Watch me! Keep murdering. All is silence for double slaughter. Tja. Tja. Double kill für mich. 5, 6, 7. Und nur 64 Sekunden im Moment. Naja. Aber mittlerweile wird das immerhin was. Das Problem ist, wenn ich im Nachhinein kille bekomme ich einfach keine Punkte. Ah, da sind auch immer wieder so nötig. Vielleicht treiben aber. Noch genug. Oh, da sind wir. Das ist ein bisschen was. 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 Ja. Alle sind drin, das heißt es gibt noch eine ordentliche Zeit für mich. Wie lange läuft das? 5 Sekunden momentan. 77, 25 müssen eigentlich dabei, äh, kommen. Was, was I? Was, was I? Was! Okay, so I'm going to present this ever now. I don't even want to hear it. I wouldn't hear of it. Where are they? The server is good. Okay. 92. So, 5 Sekunden müssten ja, 5 mal 5, naja, müsste ich warten, bis alle wieder drin sind. Dann müsste es ja zählen. Und silence ich, 5 Leute für 5 Sekunden mit 25 Zähler. Das ist eh, ich hab jetzt nicht darauf geachtet, ob es jetzt nicht funktioniert. Deswegen war das vielleicht ein bisschen dämlich. Moment. Über die Lebenspunkte. So, dann. 92. 100 irgendwas. Nein, zählt nicht. Global silence zählt tatsächlich nicht. Schade. Bane wäre eben. Ich hab das Abram ziemlich gut dabei. Das wäre, glaub ich, Global silence ganz gut. Mist. Okay. minha Mannschaft. Meise. Diese Mannschaft. Das war nicht mit dem, grösschen. Dieser Mannschaft. Das war für dich. Nein, das entfernt Effekte. So ein Dreck. Und ich hab den Rod vergessen. Legum. Wir haben es jetzt. 94. Verdammt, ich hab hauptsächlich den Rod vergessen. Das ist jetzt schon so. Ich bin ein Krivery. Ich bin unterstieg. Ich bin unterteilt. Ich kann das, aus mir mit mir mit mir meine Fläge. Ah, mein Disable-N... Damn... Ah, ich möchte hier eigentlich eigentlich gute Chancen... ...wenn ich viele Melee hätte als Gegner, aber... ...we're from the goddess. Your middle tower is under attack. Hush now. I'm here. Verdammt. Hoffentlich kommt er mit hierher. Your middle tower is under attack. A spinning blade. More, more death. And if you... You get sick. Hm. I'm going to get this fight. Tja, ja... Ich müsste mal gucken, wie das hier immer mit Disablen ist. Oh, schade. Der ist nicht schlecht. Hm, ach der meteor sicher ist sicher, oder was? Hm, ach der meteor sicher ist sicher, oder was? Ich bin wohl nicht der große Disabler auf der Karte. Müsste ich mal nachsuchen. Hm, ach der... Deine. Ja. Unde, ja... Ja. 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 Dyer's structures are fortified. Shut it. Your top tower is under attack. Shhh. What are the words? 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 Gracious! Kill me! Kill me! Kill me! Kill me! Dominate him! Make that two! The enemy is middle. Oh, dann tatsächlich doch nochmal mit Shadow. Oh, Linken, okay. Ah, muss ich mal Shadow holen. Oh, Paul Green mit Schlaf. Oh, man! A heart of his ulti. Oh, no! Oh, no. The problem is just here this global silence. Oh, no! Nooo! Oh, no! Gotta gat... I hear the call, Kosmoor. ...where it will be judged for its crimes. Hm. Silent running. Shut your mouth. I've got my ear to the ground. Okay. I can't help. I can't help. I should have to stop. I can't help. I can't help. I can't help. Lechon's blood is spilled. The gradient shed no tears. Farewell, sweet angel. Dang it. Generation. My glades will answer, with disrespect. Here you go. Shut it. I strike. Was bedeutet das, dass der Kurier von uns ist? Was bedeutet das, dass der Kurier von uns ist? Die Geist! Ja. Call for me. Silently. Attack! Yes. Silent running. Okay. 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 Um. Ah. That's it. Bullshit! Ja, das ist ein Wiener. Ja, das ist ein Wiener. Any last words? Twice the murder? Hm. Ja. 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 Das ist noch schneller, so am ich nicht 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 Ich muss nur schneller sein. Ich werde dich töten lassen. Schade, leider mit dem Silence nicht ganz hingehauen. Oh, ein Ding für Kunker, zusätzlich zum Säbel, auch interessant. Dann habe ich noch ein paar Quests erfüllt und ich bin jetzt auf... Schick. Schick. Okay, ähm... Quests. Ich habe den Schaden erledigt. Leider die gegnerischen Türme noch nicht ganz, aber das kommt noch. Jetzt werde ich dann gucken mit Shadow. 400 Sekunden. Disable. Damn. Gut, ich versuche es.